hallo was heißt hier guten morgen dreimal schon hintereinander mein lieb das interessiert mich nicht pünktlichkeit ist zirka nichts gibt es ab nach hinten haare machen okay raus nehmen wir hier ein bisschen keine wiederkäuer hier aus fertig und jetzt haare machen zack nach innen verschwindet aus der augen und dann nachher raus ja abschneiden abschneiden mit diesem gestrück hier wird hier nicht rumgelaufen wir machen gar nichts sie geht jetzt schön mit nach hinten und sie macht jetzt die haare was sagt mein mann dazu wenn ich die haare kurz schneide das wird hier doch nicht kurz geschnitten wir laufen doch nicht mit solchen haaren um piano piano bitte mitnehmen nach hinten hinsetzen nein aber sicher doch dann kommen wir zusammen ich will nicht solche haare haben das sind wir machen das war aus ja machen wir ein paar mädchen machen wir schon ein paar mädchen sein die sind aber schon die locken locket diesmal nicht doch ja schauen sie wie das mädchen aussieht das mädchen wird jetzt auch hier das ist ja viel zu kurz was heißt wie das mädchen aussieht ich bin keine 90 ok jetzt kommen sie mal weg jetzt wird hier mitgekommen jetzt muss ich schlafen entschuldigung so sie können sich hier hinsetzen und bewegen so witz jetzt ruhe wer bist du überhaupt ich bin neu hier ich bin die jackelin die jackelin die frau schlitz hat nichts gesagt ja aber ich kann auch haare schneiden ich will die nicht schneiden ich möchte locken haben ich bin normalerweise schneiderin wir schneiden auch die haare das ist auch kein problem das ist ja ähnlich wie stoff das ist ja sie können nicht so klein schneiden aber doch nicht die haare ich möchte die einfach locken schön stylen ja wir schneiden wir schneiden ihn kurz wir machen den zopfchen abend nein ich bin doch süß aussieht ich will nicht süß aussieht kurze haare machen abend das ist wie eine oma abend keine diskussion dann mache ich sie schlitz das ist eine schneiderin ich kann aber sehr gut schneiden mit schneiden die kann ab und gut schneiden jetzt wird sie hingesetzt ja kleidchen schneiden und so weiter aber auch nicht die haare ich bin kein versuchskaninchen aber so wird hier nicht rumgelaufen es wird geschnitten ausverkült schneiden es wird hier nicht rumgemotzt ich kann auch gut malen ja ja und wo 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 ja nicht da 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 ich kann gar nicht malen das ist die wahrheit und die haare zählen wir schneiden die kann also ich mache wirklich eine anzeige dass das geht nicht so keine anzeige wird gemacht und schneiden die haare schneiden lassen und das ist ja wirklich umfällig also das sieht aus wie ein zelt ich weiß nicht so jetzt bin ich auf dem campingplatz so rumgezogen so rumgezogen so rumgezogen so rumgezogen so rumgezogen das machen wir auch so rumgezogen ja umbringen ja Wenn es zichtblau wird, dann kannst du es locker machen. Dann kann ich mich ein bisschen beruhigen. Kleopatra, sehr schön. So arbeiten Sie, meine Güte. Was habe ich da gemacht? Was für eine Frau, das gibt es doch nicht. Ich will die Haare nicht schneiden. Wir schneiden jetzt die Haare, bleiben Sie ruhig. Frau Pinky, will ich das nicht? Jetzt wird es abgeschnitten. Nein. Wo sind die Schere? Keiner da. Wo ist die Schublack? Ich habe keine Karte auf. Darf ich noch mal stören? Haben Sie ein Werkzeug? Aufmachen und eine Maschine nehmen. Muss ich was sagen? Okay. 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 So, jetzt gehen die Haare ab. Wieder ab. Ja, das geht ab. So wie es wird. Oh mein Gott. Nein, oder? Frau Schlitz! Das geht aber auch. Frau Schlitz! Die schneiden meine... Oh mein Gott. So, jetzt machen wir noch den Kamm weg. Dann gehen Sie schneller ab. Dann janeln Sie nicht so viel. Frau Schlitz, schauen Sie, was die Frau macht. Die ist total verrückt geworden. Die kann Ihnen auch nicht helfen. Sehen Sie? So, jetzt geht rucki zucki. Frau Schlitz, ich mache Anzeige gegen die pinken, komische Frau. Ja. Und gegen sie auch genauso. Ich bin nicht komisch. Ich schneide ganz gut und mit viel Liebe. Sehen Sie doch. Ich brauche keine Liebe. Ich zeige Ihnen mal gleich. Liebe habe ich zu Hause. Das gibt es doch nicht. Das hat richtig schön gemacht. Ja. Oh mein Gott. Also kurz nach hinten ziehen, bitte. So. So. Also das wird Sie wirklich viel, viel, viel Geld kosten. Ich sage Ihnen nur eins. Okay. Lassen Sie sich überraschen. Ich überrasche Sie irgendwann in Ihrer Wohnung. So überraschen Sie. So sieht ja nichts aus. So wie Kraut aus. Ich mache Sie sich hübsch. Wieder hübsch, ja. Kopf nach hinten ziehen und nicht streichen. Wieder hübsch. Nicht mit mir streichen, bitte. Mhm. Wer sagt das überhaupt? Ich sage das. Mhm. Mhm. Also das ist wirklich eine Frischheit. Wirklich eine Frischheit. Die hat keine Ahnung mit Haare schneiden. Natürlich habe ich schon. Mhm. Ja. Das sind ja. Das sind ja. Sehen Sie wie ich das gut mache. Im Prank sehen Sie die Haare gehen ja ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die Haare nehme ich mit als Beweis. Nee, die Haare nehmen Sie nicht mit. Die nehme ich mit. Und das zeige ich meinem Anwalt. Und das ist ja mein Beweis für das, was Sie gemacht haben. Und dann können Sie ganz schön viel Geld vorbereiten. Ja. Es läuft. Zack, 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 zack. So. Die Haare sind da. Die sind schon abgeschnitten. So. Meine Güte. Ganze Pussel ist abgeschnitten. Was haben Sie gemacht? Sehen Sie, Sie sehen so viel besser aus. Das haben Sie gemacht? Ja. Gucken Sie mal hier. Was für schöne Pflanzen sind da. Wie sehe ich denn aus? Reulen Sie jetzt nicht. Also die rechte Seite ist kurz, die lehnte Seite ist lang. Ja, das ist jetzt modern. So ist das jetzt modern. Sie haben keine Ahnung von Mode. Ist ganz schön modern. Keine Ahnung. Das war ja ganz schön modern. Das nehme ich mit. Nein, nein, nein. Wir nehmen das nicht mit. Das nehme ich mit. Das war ja ganze Zeit kurz. Okay. Das sind meine paar Jahre. Nein. Nehmen Sie diese Maus doch mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das ist meine Reihe. Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Meine Meinung ist viel schöner. Das gucken Sie mal. Das sehe ich wie ein Bub aus. Nein, Sie sehen nicht wie Bub aus. Doch, die Schwulen tragen auch genauso schön Haare. Sie sehen wie französische Frau aus. Ja, wie französische Frau vielleicht. Nein. Das sieht toll aus. In Bosnien machen wir es so. Ja. Wir schneiden es. Ach so, wie schneiden wir dann? Machen wir wirklich die eine Seite kürzer und die vielleicht ein bisschen länger. Wir schneiden die Schotte. Können Sie das auch so schneiden? Ja. Bisschen länger. Bisschen länger. Bisschen länger. Oh, schräg. Schräg nach vorne. Genau. Um das da. Stufen rein. Dann haben Sie trotzdem etwas. Bisschen. Ohne die Nacken abzurasieren. Später. Ein bisschen nach oben. Abversieren. Keine Ahnung. Abversieren. Keine Ahnung. Abversieren. Und dann beide gleich. Gleich lang. Oder eine Seite vielleicht ein bisschen kürzer. Also kürzer. So. Und dann geht sie so. Ja. Wenn Sie wollen es so später machen, dann gibt es eine kleine Zeit. Ach so. Stimmt. Stimmt, stimmt. Dann machen wir beide gleich. Genau. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020